Aue, out. Hm, das hat Crossplay. Äh, müsste ich dann mal reingucken. Du kannst PC mit Playstation spielen. Ah. Ja, ich müsste dann auch erstmal gucken, wann Geld genau da ist. Ich weiß nur nicht, wie viel das für Playstation kostet. Ich schau mal kurz nebenbei rein. Dafür gibt es die Playstation, das ist ja gut. Hat mir jetzt markiert eigentlich. Sonst gehe ich da hin. Da unten markiert. Äh, so. Warte, wenn ich ein bisschen länger jetzt runter brauche, dann ist es nur, weil ich kurz das Spiel aussuche. Äh, A-Way-Out. Ja, A-Way-Out. Hm. Ich klicke es gleich an. Oh, da ist schon einer. Hallo. Äh, der wollte mich gleich abwagern. Ginnockt ihn. Oh, das hat er mir rumgespuckt, ne? Wollt mich nicht. Äh, nein, 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 nein. Ginnockt ihn. Wo ist denn der jetzt? Der ist bei mir, der ist ginnockt. Oh, 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 oh. Das ist bei mir noch einer. Tschüss. Dankeschön. Du hast ein Leben genommen. Oh. Ich hab dreimal die gleiche Wache. Ich bin hinter ihm geschwungen in der Shotgun. Wie viel kostet der kostenlos sogar? Testversion aber bloß, gell? Hm, das ist nur die Testversion. Also die Demos sozusagen. Ähm, ich hab mir wie viel. 30 Euro kostet das Spiel. Hm. Für die Playstation. Äh, ja. Ich hab 6 Euro gezahlt. Ja, für die Hälfte 10er seit. Hm. Nee, aber 30 Euro kostet es mir. Schon toll. Hm. Was nicht mehr Playstation Plus? Äh, doch schon, aber... Ja, das ist kostenlos. Hä? Wie? Ja, aber ich hab, ich hab nicht die zweite Version der PS Plus. Ich hab nur die normale Essenz. Oder wie das heißt? Nö, dann geht's nicht. Nö, das andere kostet mir, keine Ahnung, wieviel Euro. Ich glaub, äh, 13 Euro oder 14. Äh, 16 Euro. Äh, nee. Das zweite kostet irgendwie anders, aber das dritte kostet so viel. Einmal geht schon. Äh... Äh... Ich werd mir dann sowieso PS Plus wahrscheinlich für ein Jahr holen. Hm. Kommt mir billiger. Was normal ist? Ähm... Ähm... Ne, die zweite Version. Hm. Da hab ich ein paar Spiele mit dabei. Aber es sind wahrscheinlich bodenlos die Kosten, ne? Hm. Das stimmt. Aber egal. Aber egal. Wenn ich dann arbeiten geh, dann... Das gute ist, bei PC, wenn du die Epic Games wohl, sagst du sehr oft sehr, äh, kostenlose Spiele. Ich bin nixen. Ja. GTA war mal drinnen. Ähm... Ähm... 24 Zoll. Ähm... Äh... Bildschirm gesehen mit, äh... Ding, Stromkabel für 50 Euro, glaub ich. Hm. Es lag da eigentlich für meine Dinger. Ich brauch aber zwei, weil dann kann ich bei einem Twitch offen lassen. Und wenn ich da mal im Spiel irgendwas zeigen, äh, irgendwas öffne, was andere ist... Danke schön, Hulu, für Raid. Und hallo, Raid. Hehe. Und wie war PC aber heute, Hulu? War es entspannt? War es angekommen? Stream. Mit acht Zuschauern. Nicht schlecht. Achtung, da hinten ist ein zu, äh, da hinten ist ein, äh, da hinten ist ein Gegner. Hm. Da hinten. Oh, ganz weit hinten los. Und unter mir ist auch einer. Der eine ist genug. Über mir. Über mir ist auch einer. Und der rechts ist auch einer. Achtung. Äh... Ja. Der eine hat da was gebaut, ne? Jo. Ach komm. Der ist genug. Und ich bin auch fast genug. Warte, warte. Wie viel hast du? Warte. Wie viel hast du? Warte. 6, 5, 4, 3, 3, so. Durch. Binde. 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 Lecker. Binde. 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 finden muss wir werden nur gewandert wird und wie war das team für dich ja ich bin noch von mir irgendwo ich glaube es sind zu viele ja glaube ich nämlich auch hier war gut heute kühler bei dir was hast du mir geschrieben es hat geregnet bei dir bei dem auf jeden fall nicht wirklich allzu wenig reden im haus 9 ich glaube der muss sich genauso hier wie beschütze rain man 68er ist unser kollege er ist am dach oben aber der hat beziehung nicht hallo stolze rosen und liebe du wirst es wieder lächeln stolze rosa ach komm meine güte das ist doch so ein schmutz gehen ja ich kann noch viel mehr würde ich viel sagen aber dann wäre meine account so schnell da so schnell weg wieder da gewesen ist nur schmutzig mehr kann sich sagen so schmutzig leider du wirst ja doch wer aufpasst dass ich bin jetzt erst mal fertig für heute muss ja leider doch wer aufpasst ich weil du im vertrag mit dinast morgen hast du auch noch einen tag stolze rose morgen ist auch noch einen tag endlich wohl auch mal zeit dass endlich der wochenende ist doch viel zu kurz ja aber ich bin froh dass ich da mehr aus mir wäre ich bin froh dass ich dann dass ich dann wahrscheinlich mehr wieder unterwegs bin das ist was ich zu Hause zu sitzen mit der reinen deko zu bereiten